Oh, der ist frei! Der ist frei! Das ist das Tor! München dreht das Spiel! Wahnsinn. Die werden hier alle bekloppt im Grünwalder. Es ist eine Standardsituation. Sind das Emotionen? Tallig mit dem Freistoß. Und dann ist er hinten ganz blank, ist ganz frei. Der eingewechselte Kevin Goden. Keiner hat den Mann mit der 16 auf dem Tacho.